in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr die wunderwaffe auf der map liberty falls bauen könnt als allererstes müsst ihr den orangenen markierungen auf der karte folgen und pecker punch aktivieren das ist schritt nummer eins und jetzt braucht ihr drei teile die ihr einsammeln müsst das erste teil bekommt ihr direkt am friedhof wenn ihr ein bisschen chillt und paar zombies killt dann werdet ihr sehen dass so ein friedhofswächter kommt in so ein bauernkostüm so ein zombie den tötet ihr und er droppt euch einen schlüssel für eine scheune diese scheune befindet sich auch direkt um die ecke hier und da wird auch nicht stehen dass sie interagieren können einfach gedrückt halten die tür öffnet sich und ihr könnt das teil da rausnehmen kommen wir nun zum zweiten teil der wunderwaffe und hierfür braucht ihr ein wasserventil dieses findet die hier am blumenladen rechts ist so ein wasserhahn und dort könnt ihr einfach den ventil aufheben und mit diesem ventil geht ihr dann in die bowling bar und dann habt ihr an der wand rechts an der bahn ein sicherungskasten den schießt ihr auf und jetzt müsst ihr mit dem wasserventil interagieren gedrückt halten bis das komplett aufgeladen ist natürlich werden eine menge zombies dann spawnen und euch angreifen hier könnt ihr auch täuschgranaten mitnehmen oder kasimirgranaten oder eure feldausrüstung aktivieren um das zuzudrehen und wenn ihr das dann zugedreht habt leute droppt auch schon das nächste goldene teil und ihr habt somit zwei von drei teilen für die wunderwaffe kommen wir nun zum letzten teil und zwar braucht ihr hierfür einen mangler der abrunde f spawnt oder ihr braucht selber die mangler kanone denn ihr müsst jetzt hier im radioladen die tür aufschießen lassen oder selber aufschießen geht dazu ein bisschen auf distanz stellt euch davor und im letzten moment wenn er schießt geht ihr zur seite und er schießt den laden auf und hier könnt ihr dann schaufeln und eine goldene leitung rausnehmen und wenn ihr dann die goldene leitung habt müsst ihr wieder zurück zum motel denn ihr habt jetzt alle drei teile und jetzt könnt ihr wenn ihr hier in der ersten etage geht links entlang kommen aus einer tür sehr viele zombies die müsst ihr alle töten und dort drin ist die werkbank für die wunderwaffe die ihr dann zusammenbauen könnt das war es dann auch mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und schreibt mir die kommentare und wenn du in zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren damit du nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten stand bleibst danke fürs zusehen und bis zum nächsten video ciao